Der stand direkt neben dir Tja ich bin halt immer der stilvollste Traitor Ich nutze diese ganzen Waffen immerhin Ja dann solltest du vielleicht mal aufhören Die ganze Zeit auf die Leute Ja Ja aber du hast in meine Richtung geschossen Dann musste ich nur da ein bisschen in deine Richtung schießen Damit es aussieht als hättest du auf mich geschossen Dann haben alle schon auf dich geschossen Dann hat irgendwie Dann hat Skywalker auf mich aus irgendeinem Grund geschossen Nee dann hat ihn abgeknallt Weil ich dachte du wärst tot Ja und dann hatte ich leichtes Spiel und konnte eben mit der Lok ausschalten Ich habe hier den Knopf gedrückt Le 2000 Hey hey Ich stehe hier auf so einem Dach oben drauf Disco Und ich habe keine Waffe Wer schießt da Wer läuft da unten rum Ede Fruckelt hier oben zum Glück nicht weil hier die ganze Welt geladen wird Ja ich bin hier die Lebensversicherung der Innocence Ach Ede Kletterst du gerade auf das Auf das Automas Ding hoch Traitor Waffe Da gehe ich lieber halt nicht hin Hm was Da ist ne Traitor Falle Achso Gut ich kenne die Traitor Falle nicht auswendig ich weiß nicht wo die sind Ich habe jetzt auch nicht wirklich drauf geachtet weil ich die nicht nutze Dann essen sie doch Ah AHHHHH Gesundheit. Oh, man. Irgendwie so still hier, oder? Ja, bin ich ja auch. Ich irgendwie auch. Nein! Du hast mit der Waffe nicht getroffen? Alter, das ist mein Leben, das war womit immer. Mann und ich stand unbewaffnet auf diesem Dach drauf und der hat mich einfach hinterlistig erschossen. Du hast gesagt, du bist die Lebensversicherung der InnoCenter. Ja, das wolltest du auch nicht wörtlich nehmen. Das war nicht ernst gemeint. Wer will einen Reifen kaufen? Ich nicht. Nicht? Ich hab Reifen zu verkaufen, hier willst du einen Reifen haben. Schon wieder nicht. Warte, ich stell mich drauf und du hebst ihn an. Geht das? Warte. Mann. Ich glaub ihr seid zu fett dafür. Ja, so geht das. Stell sich jetzt mal einer drauf. Dann geht's nicht, wenn du da drauf bist. Es geht nur, wenn keiner drauf steht. Mann, wo gibt's ne Knarre? Ich hab wie nur das kack Brecheisen. Ne, zwei, ein. Brick, wo bist du? Ich bin in die Fabrik gegangen um ne Knarre zu suchen. Ah, hier ist ne Pistole immerhin. Ne Glock. Oh. Turret, Elise. Aha. Vertraust du mir? Erstmal ja. Alter. Ich wirf doch keine Rauchgranaten in meine Richtung. Ele, Ele, Ele. Ele, ich zieh doch mich einfach so. Ele, Ele. Nein. Der hat auch, der hat einen Turret gesetzt. Geh da nicht rein, da kann man ein Gift setzen. Verdammt, dann geh ich da nicht rein. Man kann die komplette Halle hier mit Gift füllen. Gut zu wissen. Heck hier. Ah. Le 2000. Le 2000 Zocker ist es nicht unbedingt. Der schießt einfach mal wieder auf Leute. Der war es nicht. Ach, der ist tot. Wieso schießt du einfach auf mich? Hast du auf mich geschossen? Ich find's. Wo ist Eler? Immer in Bewegung bleiben, dann kann er schlafen. Duaaah. Da ist er! Was? Was? Wie hab ich dich gedillt? Äh... Du musst eh weg. Ja, ja. Tschüss. Man sieht dich. Da machen wir halt noch ein bisschen zu dritt. Was läuft bei dir falsch? Dieses Bild hier. Ah, was ist denn? Evil also. Schön. Man, jetzt fängt er die ganze Zeit bei Server-Changing-Level. Ah, jetzt macht er was. Bei mir auch. Ist jetzt schon eine Stunde, elf Minuten und gerade elf Sekunden waren wir dran. Schön. Besser als elf Stunden, elf Minuten und elf Sekunden, das wäre krank. Ja. Ach, wieder der Kiffer-Club. Ich weiß nicht, da war glaube ich in der Aufnahme noch gar nicht drauf. Tja, jetzt ist das. Hm. Ist das Video nicht mehr werbefreundlich? Gut, das ist TTT mal grundsätzlich eigentlich nicht. Irgendwie die Hälfte der TTT-Folgen sind nicht werbefreundlich. Du machst Werbung, du hast doch gerade nur 56 Abos. Ja, ich verdiene auch eigentlich nichts. Trotzdem Werbung schalten. Ja. Wenn ich mal was verdiene, habe ich schon 5 Euro. Die Stapur verdient. Gut. Keine Sorge, ist nicht mein Mikro. Nicht? Nicht? Ne, ich habe die durch so ein Rohr geblasen. Dann kommt das so zur Stunde. Ah, ja. Ah, das ist die Map. Mann, ich bin noch nicht drin, ich bin noch bei Workshop Complete. Immer noch, Alter. Ja. Ja, aber sogar ich mit meinem 300er Ping ein besseres Internet als du. Mann, was ist da los? So habe ich immer das langsamste Spiel, so ungefähr. Ah, jetzt Send-In-Client-Info. Ah, na endlich. Bequemt sich der Herr auch mal zu kommen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich das mir aussuchen würde, dass ich nicht kommen kann zu den Levels. Das Spiel lässt mich nicht. Ah, ist schon drin. Ja, ist schon drin. Bin ich das? Ich bin noch im Menü. Ah, jetzt bin ich drin. Verdammt, warum gibt es hier nur Pistolen? Keine Ahnung. Bei dem Map scheiße ist. Sag mal, warte ich schieß kurz, ich schieß kurz. Du hast die Map ursprünglich ausgewählt. Ja, da wusste ich ja noch nicht, dass es hier nur Pistolen ist. Ja. Ich habe hier, da ist eine Diegel. Diegel ist besser als Pistole. Isst du das? Ich trau mich nicht, wenn ich die jetzt aufsammel, dann schießt du wahrscheinlich auf mich. Ah, ich habe einen Fotgarten. Echt schön. Einen Keller gefunden. Ich traue dir nicht. Okay. Ich stelle mich hier in die Ecke. Ich geh weg. Hier legt so ein Zombie rum. Das ist so riesig. Leider. Es geht hier sogar auch noch nach draußen. Hier liegen die ganzen Zombie-Leichen rum. Das ist so irritierend. Ich habe nur eine Pistole. Ich habe nur eine Diegel. Das ist jetzt nicht viel besser. Du hast die Aufnahme, deshalb wollte ich, dass du die Diegel kriegst. Hier nimmst du eigentlich auf? Nö. Oh. Oh. Zwei Pärchen. Hier ist einfach so ein Loch runter. Bin ich natürlich erstmal fett runtergefallen hier zum Parkhaus. Ah, hier ist eine Knarre. Eine Shotgun aber nur. In der Map habe ich schon mal gesehen. Ja, ich nicht. Oh, hier ist eine Shotgun. Brauche ich nicht. Einen Shotgun habe ich auch. Ja, nicht der kleine Schrott hier. Ich kann nur mit Shotguns halt nicht umgehen. Hi. Ja. Ich bin zu dem... Skywalk hat mich mit dem Shooter King abgeschossen. Ich bin der Shooter King. Ich weiß was drauf. Skywalk hat mich mit dem Shooter King abgeschossen. Und ganz viel bumm. Da fallen alle Feinde unten. den nächsten den ich sehe den schieße ich auch noch mal auf ich bin getarnt minute und du kommst sogar noch zu mir ist ja nett aber das mit deinen leichten schäden geht ja immer weiter immer schlimmer ich habe nicht getötet ja du hast die geschehen wird sie nicht geschehen wird doch was mit ihr rumgeschleudert ich habe nur mit ihr wenn du weg gehst dann hören wir auch auf ja nach der map halt ja darüber nach der map auf weil das lohnt sich dann ja nicht in zwei leute jetzt eigentlich schon nicht wirklich also hier gibt es sogar noch im keller ja hier gibt es auch noch und ja da bin ich vorhin reingefallen keller nein das war nicht von einem typ die guten waffen ja wo geht es in den keller rein so offiziell ich habe irgendwie das gefühl ist das gefühl du wirst ich war letzte runde das ist ja keine aufrede alter bric bric benutzt mal die tür er kommt ein geräusch was ich kann die gar nicht benutzen du musst eh ich drücke eh da kommt bei mir gar nichts vielleicht ist ja auch eine traitor tür genau das hast du gerade gehört oder ich glaube schon ich habe irgendwas gehört gerade alter der macht die ventilator schächte kaputt tschüss 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 ihr geht ja überhaupt nirgends hoch ja doch ihr geht's hoch ich bin der shooter king ich weiß was gut ist break is schon wieder shoot wie oft haben wir denn jetzt schon den shooter king das wird langweilig ja der ist halt lustig nein 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 ja mann irgendwie so karten infos stehen der prick ja ich bin halt kein guter schütze merkt man erinnerst man nicht der trailer das ist irgendwie so ein raum wo dann einfach werbung von dem entwickler oder so steht eben für youtuber ne also halt wer die karte gemacht hat weil da so ein bild und so ich habe aber nicht viel erkennen können weil der raum so komplett überbelichtet ist jetzt auch ich will wieder keinen schon wieder dieses geräusch echt ich bin hier gerade an der tür in der so jetzt war ich einmal jetzt was skywalker einmal muss es ehle sein ich bin das aber nicht das ach so wenn du das sagst dann würde es ja wohl stimmen von euch sein ja es wird auch stimmen ganz genau hmmm genau ele skywalker ist es stimmt ich hab mich schon wieder mit dem shooter king benutzt diese runde also in dieser kompletten session achso ich eigentlich auch nicht aber es bietet sich auch nicht warte dir jetzt schon wieder benutzt bietet sich halt dann und bleib ich halt so sechs und halb minuten in bewegung klappt nicht ja bruder ja aber das wenn ich in bewegung bleibe das ist mir scheißegal eigentlich ich verfolge dich ja schön für dich du Leichenfender ich doch nicht was keine Beweise hab ich nicht oh da hinten bist du jetzt oh du bist aber ganz schön weit gelaufen in den 30 Sekunden ja muss ich schon mal zugeben wo geht's hier nochmal hoch ja du hast schon der letzte stünder hat schon längst geschlagen hat es das? ja hat's davon weiß ich nicht hm kannst ja auch noch nicht wissen du bist ja noch nicht tot na eben Mensch Junge wo bist du? Mensch Junge wo bist du? mein Junge ich glaub für dich benutze ich den melden launcher was anderes bist du mir nicht wert guten Tag na Jena ja klar ja klar Mensch also das ist ja wirklich irgendwer unkreativ also ich glaub wenn ich das nächste Mal Trailer benutze ich den nicht mehr das ist mir zu blöd das ist mir zu blöd das da ständig der Shooter King kommt nächstes Mal benutze ich einfach keinen Shooter King ja jetzt nutzt eh du den wahrscheinlich ne ich hab keinen Bock auf diese Scheiße ja das sagst du jetzt damit wir das nicht vermuten die bist doch unkreativ ja 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 sagt er jetzt aber dann komm aber dann kommt seine Chance ja dann ist er jetzt Trailer jetzt muss der ja eigentlich wirklich mal sein ja eigentlich schon er war noch nicht ich bring ihn um mach das einfach weil ich es kann einfach weil du es kannst wahrscheinlich bist du jetzt Trailer ja wahrscheinlich es kommt ja wahrscheinlich wieder mit dem Shooter King an Alter dann bring ich dich um ja das will ich sehen wenn du da vom Shooter King getroffen wurdest dann ist Schluss ja aber wirklich also nochmal Shooter King irgendwann ist es wirklich sehr unkreativ was ist denn das für eine Tür da fehlt so ein Stück unten Achso da bist du ja da bin ich warum stellst du das jetzt so komisch fest? hmmm das willst du jetzt wissen ich glaube er ist Trailer ja ist klar zweimal hintereinander ja alter ich bin in so eine Falltür gefallen schon weder heißt ja auch Falltür ja aber hier ist wirklich der Boden unter mir zusammengebrochen oh dann war es ein Trailer Falle Elias ja oder du bist es du hast es vielleicht gerade aktiviert da ist er der kriegt glaube ich die Waffe auf eine Pistole geweckt nein doch nicht ähm hinter dir hinter Dschihad ich traue euch beiden nicht sobald einer schießt wir bleiben alle in dem Raum und sobald einer schießt wird der abgeschossen ne 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 Brün Eli ja wo die Leiche gerade stand wo die Leiche gerade stand wo die Leiche gerade stand komm mal alter Ese du Zombie Fender der verpisst sich ja der kann sich jetzt auch equippen mit Traiter Waffen ja das kann er wir sollten ihm nachgehen da kommt er schon wieder er hat immer noch die Leiche ich glaube er hat sich nicht equipt sagst du jetzt der kann ihm gegenlaufen ja wahrscheinlich hat er jetzt den Shooter King geholt der kann ihm gegenlaufen hat er eh was er hat geschossen er ist Traitor ich hab auf die Leiche geschossen ja aber du hast gesagt wer als erstes schießt den erschießen wir ja eigentlich schon das waren deine Regeln ich hab gesagt wer als erstes auf einen anderen Spieler schießt nein das hast du nicht gesagt sobald einer schießt wir bleiben alle in dem Raum und sobald einer schießt wird der abgeschossen das hab ich gesagt nein das hast du nicht gesagt was macht ihr da boll ich bin ein Getränkeautomat alter Ese was ist denn das für ein Leichenversteck traue dir nicht Ese alter Ese hat ein Messer in der Hand er ist Traitor stop ja ich sagte doch Ese ist jetzt Traitor ich dachte das Messer ist One-Hit nein das Messer ist nicht One-Hit hier ist das das